Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. In Phase 4 von 4, der epischen Herausforderung der Woche 6, müssen wir Angelrutenfässer zerstören. Das ist relativ einfach. Ja, da wir auch angeln müssen, einfach dahin, Angelfast zerstören und fertig. Ich weiß, die Pickaxe war gemein. Ich habe das ja auch gemerkt, ich bin ja selbst damit geholt worden. Ich bin deswegen mal aus der Runde geflogen. So, ein Angelfässchen habe ich jetzt auch geholt, ganz toll. Momentan in Fortnite. Das nächste kriegst du, nimm mal abwechselnd. Schon mal zwei Fässchen. Ja, ich komme easy. Ich komme genau in das Fenster von dem Haus vorbei. Perfekt. Hä? Hier wagt es schon wieder. Ich kann mal die Waffe schon wieder nicht aufnehmen. Das ist seitdem Weihnachten weg ist, glaube ich. Ist das, packt das massiv so. Nochmal zwei Angelfässchen. Ja, komm. Bei mir sind doch welche im Nächsten gelandet. Und der eine hat alle Angelfäste kaputt gemacht. Ja, gut. Boot zerstören. Die Angelfäste zählt das auch? Nein. Doch, der Boot kann man... So, auch erledigt. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Gutgegorz. Vielen Dank.